Stell dir vor, das sind zwei Fremde und bitten um Quartier. Du spürst, sie brauchen Wärme und du öffnest deine Tür. Dann wärst du wie der Himmel, der alle Hoffnung bleibt. Für Maria und Josef in unserer Zeit. Für Maria und Josef in unserer Zeit. Stell dir vor, die Frau in Tränen zerbricht an ihrer Last. Ihr Mann weist nicht mehr weiter, doch dann gibst du, was du hast. Dann wärst du wie die Sonne, die Not und Angst vertreibt. Für Maria und Josef in unserer Zeit. Für Maria und Josef in unserer Zeit. Stell dir vor, in deiner Nähe, da kommt ein Kind zur Welt. Dass dich und alle Menschen fest in seinen Armen hält. Wann sagt, wird heut ein Engel, ein Wunder ist geschehen. Durch Maria und Josef im neuen Bethlehem. 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 Vielen Dank.